Hallo und Willkommen zu diesem Video. Dieses ist das erste Video eines mehrteiligen Zyklus über die Festungsstadt Küstrin. Heute widmen wir uns der allgemeinen Geschichte Küstrins. In den nächsten Videos geht es beispielsweise um die Festung. Das wird ein richtiges Steinezähler-Video, das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber auch die Stadt gucken wir uns noch genauer an. Es wird eine Betrachtung aus verschiedenen Blickwinkeln geben und auch mit unterschiedlichen Medienformen. Lasst euch da einfach mal überraschen. Okay, los geht's. Die Landschaft des heutigen Küstrin war zur Bronzezeit wild und wasserreich. Von großen Überflutungen geprägt gab es am Zusammenfluss der großen Flüsse Oder und Warte unzählige Inseln, Sümpfe und Wasserflächen. Die Gegend war auch später für ihren Fischreichtum bekannt. Zu diesem Zeitpunkt besiedelten germanische Stämme die Gebiete. Die Oder trennte Ost- und Westgermanen. Später zur Zeit der Völkerwanderung ab 500 n. Chr. siedelten slawische Stämme in dem fast menschenleeren Land. Die ersten Siedler werden Slaven gewesen sein und sehr wahrscheinlich gab es hier bereits eine Fähre über die Warte. Im Jahre 1232 wird der Ort Kosterine erstmals urkundlich erwähnt. Dieses Wort bedeutet bei den Wänden Rohr oder Schilf. Und wenn es ein wändisches Wort ist, dann muss der Ort vor 1107 erbaut worden sein, weil sich zu diesem Zeitpunkt durch Eroberung die wändische Sprache in der Gegend verliert. Es gibt übrigens eine nette Geschichte zum Namen der Stadt. Danach war die Stadt schon fertig gebaut, hatte aber noch keinen Namen. Deshalb haben sich die Ratswender eines Morgens an die Einfahrtswege gesetzt, um den ersten zu fragen, wie er heißt. Ein Mädchen kam mit einem Korb Eiern und wurde so gefragt, wie sie heißt. Und ihre Antwort war Kostas Trün. Na gut, ich glaube es ist ähnlich wahr, aber okay. Der großpolnische Herzog Boleslaus überlässt 1259 die Terra Kosterin dem Templerorden. Dieser fängt wieder an das Land zu besiedeln. Es gibt wohl auch eine Zollstelle an der Warte, in jedem Fall aber bereits eine kleinere Befestigung der Pomeranen, also Pommern. Diese wird durch die Templer zu einem sogenannten festen Haus erweitert. Ebenfalls werden durch von den Templern bestimmten Baumeistern Straßen und Plätze abgesteckt, die ersten Häuser auf der Oderinsel errichtet, ein Marktflecken entsteht. Bereits 1261 ist in Urkunden von Kostrin als Stadt die Rede. Aber erst 1300 wird dem Ort das Stadtrecht verliehen mit Magdeburger Stadtrecht. Nach dem Zusammenbruch des Templerordens übernehmen die Askanier das Gebiet, danach die Wittelsbache. Kostrin wechselt noch einige Male den Besitzer. 1396 fällt Kostrin durch Erbe an den König von Ungarn und wird am 11. November 1398 an den Johanniterorden verpfändet, der wiederum gab es vier Jahre später an den Deutschen Ritterorden weiter. Dieser schickte Ordensbrüder in die Terra Transoderana, die Neumark. Eine erste Brücke wurde über die Oder gebaut. Um den Brückenzugang zur Oder zu bewachen, errichteten die Ordensbrüder ab 1440 ein festes Haus mit Wassergräben und Palisaden. Ungefähr nördlich der Stelle, wo später dann das Schloss war. Die Burg wurde mit einem Hauptmann, Rittern und Kriegsknechten besetzt. Zur Verteidigung wurden Donnerbüchsen auf die Burg gebracht, also die ersten Feuerwaffen hielten Einzug. 1232 während der Hussitenkriege verhinderte die Burg den Einfall der Hussiten. Diese setzten später woanders über die Oder und zogen 1433 durch die Neumark in Richtung Danzig und wieder zurück. Eine neue Wehranlage wurde 1452 durch den Deutschen Orden erbaut. Das feste Haus der Templer wurde abgerissen und eine neue Burg mit zwei großen Turmen geplant, von denen aber nur einer errichtet wurde. 1455 wurde die Neumark an das Haus Hohenzollern verkauft. Der Deutsche Orden brauchte durch seine ständigen Kämpfe dringend Geld und so wurde die Neumark für 40.000 rheinische Gulden an den brandenburgischen Kurfürst Friedrich II. verkauft. Sie blieb nun bis 1945 brandenburgisch. Küstrin selbst war weiterhin ein verschlafenes Fischerstädtchen, brannte allerdings 1491 das erste Mal ab. Die Ursache war Verwahrlosung. Für den Wiederaufbau wurden alle, die sich daran beteiligten, für vier Jahre steuerfrei gestellt. Der Ort blieb weiter ohne größere regionale Bedeutung. Dies endete sich erst 1535, also nach dem Tode von Kurfürst Joachim I. Nestor von Brandenburg. Dessen jüngerer Sohn Markgraf Johann von Brandenburg, später besser bekannt als Hans von Küstrin, die Neumark als Erbe erhielt und Küstrin zu seiner Residenzstadt erhob. Weiter war er her der Lande Sternberg, Krossen, Cottbus und Besko Storkung. Damit begann eine glanzvolle Zeit. Hans begann sofort mit der Errichtung eines repräsentativen Schlosses, dessen Vollendung im Jahre 1537 gefeiert wurde. Die alte Ordensburg blieb zunächst bestehen und diente als Kanzlei, Amtskammer und ab 1548 auch als Kammergericht. Gleichfalls begann er 1537 mit dem Bau einer Festung in altitalienischer Art mit fünf Bastionen und Kavalieren. Zunächst wurden Erdwelle errichtet. Von 1557 bis 1868 wurde die Festung mit Backsteinen erbaut. Auf dem Landtag in Soldin forderte Hans von den Städten der Neumark eine Beteiligung an den Kosten des Festungsbaus. Diese erkannten auch die Schutzwirkung an und sagten ihre Beteiligung zu. Und nur mal ein Überschlag der Kosten, die für den Festungsbau aufgewendet wurden. Die Städte bezahlten von 1537 bis 1559 die unglaubliche Summe von 157.492 Goldgulden. Das sind sehr grob gerechnet heute etwa 85 Millionen Euro. Der reformatorische Glaube nach Luther wurde in seiner Herrschaft eingeführt. Einigermaßen unerbittlich setzte Hans diese Religionsänderung um und vernichtete alle verbleibenden katholischen Stützpunkte. Ebenso ließ er katholische Kirchen abreißen und aus den Steinen beispielsweise Schulen bauen. 1571 starb Hans von Küstrin. Da er mit seiner Frau Katharina zwei Töchter hatte, aber keinen Sohn und sein Bruder Joachim als Herrscher der Kurmark wenige Tage vor ihm verstarb, fiel die Neumark als Erbe in die Kurmark zurück und somit wieder ins Brandenburgische unter einer Herrschaft vereint. Nämlich an Johann Georg von Brandenburg, Joachims Sohn. Küstrin war nun Witzensitz von Hans Frau Katharina. Dieser aber lebte lieber in Krossen und nach ihrem Tode 1574 wurde das einstmalige Fürstenschloss immer mehr in einen Behördensitz umgewandelt. So fand die Regierung der Neumark und die Neumärkische Amtskammer Platz im Schloss. Der neue Kurfürst ließ die Festung noch erweitern und eine kleine ständige Besatzung von Kriegsknechten die Festung bewachen. Weiterhin führte er jährliche Musterungen der Bürgerschaft auf Waffenfähigkeit ein. In Küstrin und anderen Städten musste derzeit ein munteres Treiben geherrscht haben, denn der Kurfürst erließ ein sogenanntes Reskript, in welchem er gotteslästerliche Fluchen und Prunken mit Kleidungsstücken unter Strafe stellte. Weiterhin bei Hochzeiten, Taufen usw. Trommeln, Pfeifen, Trompeten und andere Instrumente verbot. Man solle sich doch mit der stillen Musiker behelfen. Ja, was das auch immer gewesen sein mag. Der Stadtkeller solle zeitlich geschlossen werden. Brandweinhäuser wurden verboten und nachts mussten Wachen gehen, damit das Gassatengehen geplärre und unzüchtige Lieder singen aufhörte. Stattdessen sollten von den Stadttürmen christliche Lieder und Psalmen verlesen werden. Na, schöner Ersatz. 1598 verstarb auch Johann Georg. Sein Sohn Joachim Friedrich wurde Kurfürst und Herr über Küstrin. Joachim Friedrich war übrigens verheiratet mit Katharina, der jüngeren Tochter des Fürsten Hans von Küstrin. Joachim hielt in Küstrin drei Landtage ab. Außerdem erweiterte er das Schloss bedeutend und ließ unter anderem einen Gang von der mittleren Etage des Schlosses quer über den Platz zur Pfarrkirche bauen, damit er darin zur Kirche gehen konnte. Aus dieser Zeit stammt auch die älteste Darstellung des Schlosses von 1599. Sie zeigt den Empfang Joachims in Küstrin. Und auch Joachim fand es nötig, mehrere Erlasse herauszugeben, um das liederliche Leben in Küstrin einzuschränken. Sein Sohn Johann Siegesmund übernahm 608 das Zepter und übergab dieses bereits 1619 an seinen Sohn Georg Wilhelm. Mehr gibt es über diese Zeit nicht zu erzählen. 1618 begann der Dreißigjährige Krieg und damit eine neue Zeit für Küstrin. Und an dieser Stelle gestatte ich mir einen kurzen Einschub der besonderen Art. Ich zitiere mal aus meiner Hauptquelle, die wird ja im Abspann genannt, als erstes Allein ein mehr als hundertjähriger Frieden hatte die Untertanen so verweichlicht und in ihrer Trägheit so schlaff gemacht, dass sie aus Furcht vor den notwendigen Anstrengungen die allen gemeinsam drohende Gefahr übersahen und so das Elend über sich heraufbeschworen, welches, wie man sich vom ganzen Kriege sagen muss, die Torheit und grässliche Verderbtheit der Menschen verschuldet hat. Ja, jetzt haben wir in Deutschland keinen Krieg und bis zum letzten sind es auch keine hundert Jahre her, aber sonst passt das schon ganz gut in unsere heutige Zeit, dieses Zitat. Aber zurück nach Küstrin. Es wurden einige Kanonen aus Köln, also der Berliner Schwesterstadt, nach Küstrin verlegt. Auch begann man dort selbst Kanonen zu gießen. So gott der Geschütz Gieser Kessler 1625 die beiden 48 Pfünder Kanonen König und Königin. 1627 zogen kaiserliche Truppen durch den Neumark und hielten diese zunächst besetzt. Küstrin blieb davon unbehelligt. 1630, durch den schwedischen Eintritt in den Krieg veranlasst, wurde die Besatzung der Festung Küstrin erneut verstärkt. Die Soldaten erhielten nur wenig Sold, sodass die Küstriner Bürger für deren Unterhalt aufkommen mussten. Der schwedische König Gustav Adolf zog auch nach Küstrin und warf dort eine Schanze auf, um den Durchzug kaiserlicher Truppen über die Oder zu verhindern. Später zog er selbst ungehindert über die Oderbrücke nach Spandau in die dortige Festung. Befehlshaber der Festung Küstrin war zu dieser Zeit der Obrist Hildebrand Kracht. Wegen der vielen Durchzüge von Kriegstruppen war auch die Neumark entvölkert. Ganze Dörfer standen leer. Jeder raffte an Lebensmitteln, was er bekommen konnte. Viel war es nicht. Entsprechende Not herrschte überall. In der Festung lagen jetzt zwischen 700 und 1000 Kriegsknechte. Für die wurde extra Getreide aus Frankfurt-Oder über die Oder herangebracht. 1631 musste dann auch Küstrin auf Befehl des Kurfürsten an die Schweden übergeben werden. Diese blieben dort einige Jahre. Georg Wilhelm starb 1640. Sein Nachfolger wurde sein Sohn Friedrich Wilhelm. Besser bekannt als der große Kurfürst. Kurfürst Friedrich verbrachte ab seinem siebten Lebensjahr gemeinsam mit seinen Schwestern aus Sicherheitsgründen sieben Jahre in Küstrin. Bei Regierungsantritt gab es in diesem seinen Herrschaftsgebiet folgende Festungen und feste Plätze. Küstrin, Spandau, Driesen, Peitz, Landsberg an der Warte, Oderberg, Frankfurt an der Oder, Grossen und Löcknitz. Aber er konnte nur über Küstrin verfügen. Alle anderen waren von fremden Truppen besetzt oder die Kommandanten auf den Kaiser geschworen. Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges ging der Kurfürst an den Wiederaufbau seines Landes. In Küstrin wurde 1662 mit der Erweiterung der Festung begonnen. Und jetzt mal einige interessante Einträge aus dem Stadtbuch von Küstrin des Jahres 1676. Es wird ein Stadtglaser in Küstrin erwähnt. Ferner kommen aus anderen Ländern Tischler und der Festungskommandant befiehlt, wegen der Brandgefahr die hölzernen Schornsteine in den Häusern abzureißen und durch Gemauerte zu ersetzen. Aber die Bürger weigern sich. Die Schornsteine aus Stein seien zu schwer für die Häuser. Auch haben sie dafür kein Geld. Außerdem werden der Bürgerschaft die neue Polizeiordnung, die Feuerordnung und die neuen Luxusgesetze bekannt gegeben. Es wird der Stadtzimmerer Christian Hicke angestellt. Ein Peter Querhammer will das Schneiderhandwerk lernen und fordert dafür einen Geburtsbrief. Als Zeugen seines ehrlichen Herkommens aus ehrlichem Ehebette stellt er zwei Zeugen. Ein Pestilenzbarbier wird erwähnt. Dieser will Barbiermeister in der Stadt werden. Aufgrund der Feuergefahr muss vor jedem Haus ein Fass Wasser und ein eben solches auf jedem Haus Boden stehen. Und wegen der Nichtbefolgung dieser Anordnung werden 13 Tage später mehrere Bürger zu einer hohen Geldstrafe von neun Talern verurteilt. Eine Bürgersfrau wird zu fünf Talern Strafe verurteilt, weil sie vor dem Stadthor Käse von einer Bauersfrau gekauft hat. Die Bauersfrau kommt in Arrest. Den Käse bekommt das Hospiz. Es herrschte also Marktzwang. Der Festungskommandant befiehlt den Bürgern den Festungsgraben und den Brückenkopf am anderen Oderufer vom Eis zu befreien. Die Bürger weisen das zurück. Es wird auch nicht gemacht. Die Bürger werden gescholten, dass sie bei der vorgestrigen Feuersbrunst beim kleinen Schmied Hans-Michel Steinbrecher nicht pünktlich zum Löschen erschienen sind. Und jetzt noch drei Originalzitate aus diesem Stadtbuch. Der Wallmeister Martin Buckholz lässt durch Herrn Ratzmann Konrad angeben, dass Michel Kroll des Stellmachers Kind, welches er bei des Hauses Kauf vier Jahre lang zu verpflegen übernommen, so hielte, dass es zum Krüppel werden müsste. Es wird ihm übergeben und Kroll hat ihm jährlich fünf Taler acht Groschen zu zahlen, drei Jahre lang. Der Oberst von Lüderitz verlangt, dass bei der anhaltenden großen Dürre, damit der Gestank in der Stadt aufhöre, geboten werde, die Schweine abzuschaffen. Die Viertelsleute allerdings berufen sich auf die kurfürstliche Erlaubnis, dass jeder zwei Schweine auf dem Koben haben dürfe. Jakob Bönisch aus der kurzen Vorstadt klagt über den Offizier, der gestern Wache gehalten, dass ihn derselbe beim Wachholz abliefern geschimpft und mit Prügeln bedroht. Und als er ihm gesagt, er sei ein Bürger und nicht sein Schelm, habe der Offizier, es soll der Fenrich Marwitz gewesen sein, gesagt, Herr Bürger, ei, Herr Bürger, du Schelm wärest wert, dass man dir die Haut vollschlüge. Lassen wir es dabei bewenden. Aber interessant finde ich doch, die Probleme damals sind die gleichen wie heute. Der große Kurfürst starb am 29. April 1688. Ihm folgte sein Sohn Kurfürst Friedrich III., welcher später in Königsberg als Friedrich I. als erster König in Preußen gekrönt wird. Auch Friedrich III. lässt die Festung erweitern. 1709 und 1714 regnete es im Sommer zehn Wochen lang nicht, 1726 acht Wochen und 1727 von Pfingsten bis zum 12. August nicht. Auch damals gab es eine fette Dürren. Auch Überflutungen im Sommer kamen immer wieder in Küstrin vor. Dabei wurden die Brücken und die Stadthäuser überflutet. 1713 wird sein Sohn Friedrich Wilhelm der erste König von Preußen und her über Küstrin. Am 6. November 1730 wird Hans Hermann von Katte, der Jugendfreund des Kronprinzen Friedrich, in Küstrin enthauptet. Er hat Friedrich bei seiner geplanten Flucht nach England unterstützt. Dazu gibt es ein separates Video. 1731 wurde der Gang vom Schloss zur Pfarrkirche abgebrochen. Mit Genehmigung des Königs wurde 1735 die sogenannte Neustadt angelegt, außerhalb der Festung befindlich, im sogenannten Hornwerk. 1740 wurde der Kronprinz Friedrich als Friedrich II. König, bekannt als Friedrich der Große oder auch alter Fritz. Der Siebenjährige Krieg wurde 1756 durch Friedrich II. vom Zaun gebrochen. In dessen Folge drangen russische Soldaten nach Ostpreußen ein und standen im August 1758 vor Küstrin. Am 15. August versuchten die Russen Küstrin im Handstreich zu nehmen, dies misslang. Daraufhin wurde die Stadt mit Brandbomben beschossen und brannte in Folge komplett nieder. Auch das Schloss ist weitgehend ausgebrannt. Zehn Tage später wurden die Russen in der Schlacht von Zorndorf durch Friedrich geschlagen, unter sehr hohen Verlusten auf beiden Seiten. Es war eher ein Unentschieden als ein klarer preußischer Sieg, aber immerhin zogen sich die Russen vom Schlachtfeld nach Polen zurück. Da sich viele Bewohner der Neumark mit ihrem Besitz vor den Russen in die Festung geflüchtet hatten, ging durch den Brand ein großes Vermögen der Neumark verloren. Auch die Oderbrücke und die kurze Vorstadt wurden im Kriegsverlauf abgebrannt. Die Neustadt im Hornwerk aber blieb unzerstört. 3.000 russische Kriegsgefangene Soldaten, dazu etwa 80 Offiziere und 5 Generäle wurden in die verbrannte Stadt gebracht. Die Festungsanlagen waren ja komplett unzerstört. Die Russen wurden in den Festungskasematten untergebracht, die Soldaten gegen geringen Lohn zur Beseitigung der Brandschäden herangezogen. Das wurde schnell problematisch, denn die preußische Besatzung der Festung war wesentlich kleiner. Es war lediglich ein Bataillon Landwehr. Und so wurden etwa sechs Wochen nach der Schlacht eine Verschwörung mit dem Ziel des Ausbruches aus der Festung aufgedeckt. Daraufhin wurden die Wachen verstärkt, die Offiziere in Arrest gesetzt und der Anführer der Verschwörung, ein Leutnant Lüders aus Kurland, auf Befehl des Königs gerädert. Auf dem Weg nach Küstrin und zurück nach Polen wurde die Neumarkt zerstört. Der französische Gesandte im russischen Heer schrieb später nach Paris, Das Land hier ist nichts mehr als eine Wüste. Man findet keinen einzigen Einwohner, kein Pferd, kein Herdenvieh. Vier Jahre später, die Russen waren längst in die Heimat entlassen, lagerten 4.000 österreichische Gefangene in den Küstriner Kasemotten. Am 5. Juli drangen sie hervor, ermordeten die Wache einer Kanone und schossen mit dieser in die Straßen der Festung statt. Die Häuser waren noch lange nicht wieder aufgebaut und die Besatzung innerhalb der Festung viel zu schwach, um die Österreicher zu überwältigen. Der Festungskommandant war in der Neustadt und zog die übrige außerhalb befindliche Garnison zusammen. Die Rebellion wurde damit beendet. 61 tote Österreicher und viele Verwundete waren der Preis. Aber auch ein Leutnant der Landwehr wurde getötet. Auch hier wurden die fünf Hauptverschwörer gerädert und geköpft. Die Küstriner selbst zerstreuten sich nach dem Brand in alle Winde und kamen erst mit dem Friedensschluss wieder zurück. Küstrin wurde wieder aufgebaut, diesmal aus Backsteinen. Mit Backsteinen, Schornsteinen hoffentlich. Der König setzte eine Baukommission ein, 1770 wurde der Neubau der Stadt vollendet. Aber erst 1777 wurde das Schloss fertiggestellt. Fortan diente er es als Archiv und Arbeits- und Wohnplatz für Beamte. Die Wassergräben um das Schloss wurden bei dieser Gelegenheit zugeschüttet und auch die stark vernachlässigten Festungswerke ausgebessert. Friedrich hielt später bis vor dem Tode alljährlich große Manöver in der Umgebung Küstrins ab. Er selbst aber wohnte in dieser Zeit nie in der Festung, sondern in einem Haus der kurzen Vorstadt. In den nächsten Jahren geschah in Küstrin nichts Berichtenswertes. Im Jahr 1800 besteht Küstrin aus der Festung, der Neustadt im Hornwerk, der Brückenschanze, dem Kiez auf der Oderinsel, der langen Vorstadt und der kurzen Vorstadt. Am 14. Oktober 1806 verlor der preußische König Friedrich Wilhelm III. die Schlacht bei Jena und Auerstedt gegen Napoleon. Und bereits am 19. Oktober traf der König in Küstrin ein und hier seine Frau wieder, die schöne Friederike von Preußen. Er blieb hier fünf Tage. Der Festungskommandant Oberst von Ingersleben versprach, ihm die Festung bis aufs Äußerste zu verteidigen oder, wie Ohrenzeugen versichern, bis ihm das Schnupftuch in der Tasche brenne. Nun, das Weitere ist bekannt. Die Festung war gut besetzt mit Infanterie und vielerlei Geschützen. Lebensmittel waren ausreichend vorhanden. Am 31. Oktober erschienen nachmittags gegen 15 Uhr etwa 250 Franzosen an der Viertelsbrücke. Die preußische Besatzung der Brückenschanze und der Leutnant von Falkenhayn gab eine Salve ab. Im Gegenfeuer wurden der Leutnant und einige Soldaten erschossen. Und die übrigen etwa 60 preußischen Soldaten und einige Kavalleristen zogen sich über die Oderbrücke in die Festung zurück. Sie forderten weitere Soldaten an, um die Franzosen zu bekämpfen. Aber der Kommandant ließ niemanden mehr aus der Festung. Die Oderbrücke wurde abgebrannt. Bereits in derselben Nacht, ohne auch nur einen Schuss von der Festung abzugeben, schloss der Festungskommandant von Ingersleben die Kapitulation gegen die französischen General Gautier ab. Der Festungskommandant hatte sich dazu auf das linke Oderufer begeben, also die Festung verlassen. Um die Etikette zu wahren, setzte um 10 Uhr am 1. November ein französischer Offizier als Parlamentär zur Festung über. Bereits um 11 Uhr wurde begonnen, die Franzosen zur Mühlenpforte der Festung überzusetzen. Als ein preußischer Artillerist auf sie schießen wollte, wurde ihm dies durch einen Offizier untersagt. Auch ein Leutnant von Frankenberg wollte schießen lassen, auch er wurde daran gehindert. So ergab sich die Garnison von weit über 3500 Mann einem kleinen Häuflein von Franzosen. Um 14 Uhr musste die gesamte Garnison die Waffen niederlegen. Viele taten dies nur unter Strafandrohung. Am 2. November stellte sich die Garnison auf den Markt auf zum Gang in die Kriegsgefangenschaft und marschierte Richtung Frankfurt-Oder ab. Von Ingersleben musste sich die wüstesten Beschimpfungen seitens der Soldaten anhören. Und auch seine Frau soll ihn voll Empörung über seine Nichtswürdigkeit bereits verlassen haben. Einer der Punkte in der Kapitulationsurkunde besagte, dass er als Oberst in die französische Armee aufgenommen werden solle. Dies allerdings verhinderte Napoleon. Er soll geäußert haben, er könne keinen Mann gebrauchen, der seinen Herrn verraten habe. Von Ingers Leben wurde später von Preußen zum Tod verurteilt und floh. Er wurde allerdings für seinen Verrat nie belangt. Bis zum 11. November wurde die abgebrannte Brücke wiederhergestellt und die großen französischen Truppenkontingente zogen in die Festung ein. Am 23. November traf auch Napoleon in Küstrin ein. Als er bei der Besichtigung der Festung am höchsten Punkt war, dem Hohen Kavalier, sprach er die Worte Viele Einwohner der Altstadt wurden aus ihren Häusern vertrieben. Die Franzosen brauchten Kasernen. 1807 wurde in den meisten Festungswerken Minen angelegt. Die Festung sollte gesprengt werden. Warum dies unterblieb, ist allerdings nicht bekannt. Von den preußischen Soldaten konnten sich einige dem Abmarsch in die Gefangenschaft entziehen. Sie kämpften um der Umgebung Küstrins gegen die Franzosen. Wenn sie gefangen genommen wurden, erschoss man sie. So wurde beispielsweise am 26.02.1807 die Offiziere Wilhelmi und Saar im Hornwerk als Freischäler erschossen. Die Bürger Küstrins mussten die Beherbergung der Franzosen bezahlen. Etwa 500.000 Thaler wurden dafür in den siebeneinhalb Jahren der Besetzung aufgebracht. In den ersten Monaten des Jahres 1813 kamen die Vorhuten der Überreste der großen Armee aus Russland zurück. Küstrin war als Lazarett und Sammelplatz auserkoren. Aber es trafen so viele kranke Soldaten ein, dass jeder, der noch irgendwie gehfähig war, nach Berlin und weiter über die Elbe ziehen musste. Die Franzosen begannen, die Festung kriegsbereit zu machen. Sämtlicher Proviant und Vieh aus der Umgebung wurde in die Festung gebracht. Bei einer dieser Touren am 12. Februar trieben 200 Franzosen im Dorf Blumenberg in der Nähe Vieh zusammen, als 15 Kosaken auftauchten und mit eingelegter Lanze auf die Franzosen zustürmten. Diese flohen in wilder Hast und ließen das Vieh zurück. Was für eine Umkehrung der Verhältnisse! Schnell zeigten sich größere Kosakenkontingente in der Umgebung. Der französische Festungskommandant erhob den Belagerungszustand. Unmittelbare Folge war, dass jeder der Küstriner Einwohner, welcher nicht mindestens vor einem Jahr Proviant vorweisen konnte, die Festung verlassen musste. Die lange Vorstadt und der Kiez, insgesamt 255 Häuser, wurden von den Franzosen am 24.02. in Brand gesteckt. Im April wurden die Russen von dem preußischen Belagerungskorps mit einer Stärke von 8.450 Mann abgelöst. Die Stärke der Franzosen und Verbündeten betrug etwa 4.000 Mann. Die in französischen Diensten stehenden deutschen Soldaten begann zu desentieren. Wer erwischt wurde, bekam die Kugel. Und während der Blockade kam noch einiges zu Schaden. Auch ein Teil der kurzen Vorstandbratte nieder. Am 7. März 1814 endlich unterzeichneten die Franzosen die Kapitulation der Festung. Diese wurde am 20. März übergeben. Das Schloss diente seit dieser Zeit hauptsächlich als Kaserne. 1818 wurde die Wartemündung umgeleitet. Bis zu diesem Zeitpunkt mündete sie neben der Bastion Philipp in die Oder. Diese Mündung wurde zugeschüttet und der bisherige Friedrich-Wilhelm-Kanal als neuer Flusslauf bestimmt. 1848 gibt es in der Festung 203 Häuser. In der Neustadt 13, in der langen Vorstadt 98 Häuser und in der kurzen Vorstadt 130 Häuser mit insgesamt 8.825 Einwohnern. Es gab zwei Apotheken und drei Gasthöfe und viele damals übliche Gewerke. Fünf Schulen und ein Krankenhaus. Auch eine Buchhandlung und eine Buchdruckerei sind zu erwähnen. Natürlich kam zu den Gasthöfen noch jede Menge Frühstücks, Wein und Bierstuben. 1849 wird der spätere Großadmiral Alfred von Türpitz in Küstrin geboren. Die Eisenbahn wurde 1857 nach Küstrin verlegt. Die erste Linie war die Ostbahn von Berlin nach Königsberg, welche hinter Küstrin nach Frankfurt-Oder führte. Zehn Jahre später gab es dann den direkten Anschluss nach Königsberg. Nach der Eisenbahnanbindung begann sich die Stadt in die kurze Vorstadt auszudehnen und entwickelte sich wegen der Zusammenkunft verschiedener Verkehrswege, also Eisenbahn, Flussschifffahrt auf der Oder und Warte und der Reichsstraße 1 als Verkehrsknotenpunkt. 1901 und 1902 wird die Kutine zwischen Bastionen Brandenburg und König abgetragen. Seitdem ist der Bereich offen. Die Küstrin der Pferdestraßenbahn wird 1903 eröffnet. Im selben Jahr besucht der deutsche Kaiser Wilhelm der zweite Küstrin. 1907 wird aus der bisherigen kurzen Vorstadt die Neustadt. Der Teilabbruch der Festung wird 1911 beschlossen, aus Platzgründen, aber erst nach dem Ersten Weltkrieg begonnen. Die Oder-Insel wird ab 1913 mit Kasernen bebaut für den dritten Truppenteil in Küstrin. Gemäß dem Versailler Vertrag beginnt 1921 die Übergabe der militärischen Ausrüstung der Festung an das Reichsverwertungsamt. Nach dem Ersten Weltkrieg beginnt der bereits beschlossene Teilabbruch der Festung. Zuletzt der Abbruch des Küstriner Wahrzeichens 1931, das Hohen Kavalier. 1923 war der Küstriner Putsch. Es war ein Versuch der sogenannten Schwarzen Reichswehr, die Berliner Reichsregierung zu stürzen. Er ist im Ansatz gescheitert. Anstelle der bisherigen Pferdebahn fährt 1925 die erste elektrische Straßenbahn. Später werden es dann drei Linien. Am 03.08.1928 genehmigt das preußische Innenministerium die Umbenennung von Küstrin nach Küstrin. Die erste Buslinie wird 1930 gegründet, später von der Stadt übernommen. Nach 1933 begann der Neubau zahlreicher Wehrmachtsbauten, unter anderem wieder auf der Oderinsel. Eine Fabrik zur Herstellung von Zellstoff als einer Grundlage für die Fertigung von Nitrocellulose wurde 1930 gebaut. In Küstrin wohnten 1939 24.000 Einwohner. Es gab 32 größere Betriebe. Am 25. Januar erklärt Hitler Küstrin zur Festung. Küstrin wurde am 2. Februar von den Soldaten der 2., 5. und 8. sowjetischen Armee erreicht. Nördlich und südlich Küstrins setzten die Soldaten über die zugefrorene Oder. Am 7. März begann der sowjetische Angriff. Fünf Tage später fiel die Neustadt. Küstrin war als letztes großes befestigtes Bollwerk von Berlin so wichtig, dass sogar Hitler am 15. März die Umgebung am Westufer besichtigte. Verteidigt wurden zu diesem Zeitpunkt die Altstadt und die Oderinseln. Die Sowjets schossen mit allem, was sie hatten in diese beiden Bereiche. Am 29. März erbart der Festungskommandant Reinefahrt bei Hitler die Erlaubnis zur Kapitulation, was aber natürlich abgelehnt wurde. Reinefahrt konnte sich einen Tag später mit 600 Mann zu den deutschen Linien durchschlagen. Schätzung zufolge fielen in Küstrin 5.000 deutsche und 6.000 sowjetische Soldaten. Dazu kommen noch die Einwohner in der verbliebenen Einwohnerstadt. Die ehemalige Altstadt inklusive der Festung sowie die Neustadt gehörten ab 1945 zu Polen. Die Oderinsel mit Kiez zur DDR. Nach dem Krieg, die Altstadt und auch die Neustadt sind fast komplett zerstört. Das Schloss ist ausgebrannt, alle Dächer zerstört, nur die Außenmauern des Schlosses sind weitgehend intakt. Noch brauchbare Ziegel und andere Baumaterialien werden in Küstrin geborgen und nach Warschau gebracht, sowie für den Wiederaufbau der ehemaligen Neustadt verwendet. Am 22. Juni 1945 mussten alle deutschen Einwohner Küstrin über die Oder verlassen. In den nächsten Jahren siedeln sich hier zunächst nur wenige polnische Bürger an, hauptsächlich Post- und Zollbeamte. 1945 gab es offiziell 634 Einwohner. Aber rasch begann die weitere Entwicklung, auch aufgrund der günstigen Situation als Verkehrsknotenpunkt. Hier besonders die Eisenbahnlinien von Russland nach Berlin. Der Aufbau der ehemaligen deutschen Zellstofffabrik, deren Maschinen in die Sowjetunion gebracht wurden, begann Mitte der 50er Jahre. 1963 wird das Schloss in die polnische Denkmalliste eingetragen, aber bereits 1969 auf Betreiben der Kommunisten wieder entfernt und dann gesprengt. Auf der Oderinsel in den ehemaligen Kasernen der Wehrmacht waren bis 1991 sowjetische Soldaten. Der Bereich war natürlich Sperrgebiet. Die zerstörte Altstadt konnte ebenfalls nicht betreten werden. Einen Verkehr über die bestehenden Brücken über die Oder gab es nicht. Die Straßenverbindung nach Küstrin über die Oder zwischen Polen und Deutschland wurde 1992 wieder für den öffentlichen Verkehr freigegeben. Und 1997 wurde eine Sonderwirtschaftszone gegründet in Polen, um die weitere wirtschaftliche Entwicklung Küstrins voranzutreiben. Aktuell wird eine komplett neue Eisenbahnbrücke gebaut. Die von Grün überwucherte alte Festung und Stadtküstrin wurde nicht wieder aufgebaut. Die Wege wurden freigeräumt, die Ruin gesichert. Sie ist heute als Pompeji des Nordens bekannt. Die Festungsanlagen sind in recht gutem Zustand. In der Bastion Philipp ist ein sehenswertes Museum untergebracht. Für meine Recherche hielt ich mich dreimal für jeweils mehrere Tage in Küstrin auf. Auf meinen Wanderungen durch die Stadt entdeckte ich überraschend viele Reste deutscher Bauten, aber auch viele Um- und Neubauten. Ein Besuch lohnt sich, nicht nur um die Festung anzusehen. Das war mein erstes Video im Zyklus über die Festungsstadt Küstrin. Ich hoffe es hat euch gefallen. Es kommen noch weitere Folgen. Ich weiß nicht wie viele, um keine zu verpassen, müsst ihr natürlich unbedingt abonnieren und Glocke und dergleichen. So noch nicht geschehen. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Video. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss, Helge.